Lieber Marc, zur Abwechslung schreibe ich dir einen Brief, den ich auch wirklich abschicken werde. Ich bin weg. Wieso ich es dir nicht gesagt habe? Vielleicht damit ich nicht anfange zu weinen. Ich weiß nicht genau, was eigentlich mit dir los ist. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich weiterhin sehr gerne mag. Es ist wichtig für dich, dass du anfängst, Menschen an dich ranzulassen. Genauso wichtig ist es für mich, damit aufzuhören, mich an Menschen zu klammern. Damit meine ich vor allem dich. Oder alle anderen Männer, mit denen ich zusammen war, die ich aber eigentlich nie so sehr geliebt habe. There's a corner of your heart For me There's a corner of your heart Just for me I will pack my bags Just to stay in the corner of your heart Just to stay in the corner of your heart Just to stay in the corner of your heart Just to stay in the corner of your heart Leave this town Just to stay in the corner of your heart Just to stay in the corner of your heart Just to stay in the corner of your heart Untertitelung. BR 2018